Ich bin hier, um mir neue Inputs zu holen und ich finde es extrem spannend, wie vielseitig es ist. Man kann Workshops, Workouts gehen, Referate, auf einseitig, man kann sich selber bewegen. Ich finde es uninteressant und ich höre ganz viel Neues. Ich finde hier die Workshops mega cool, weil man neue Trainingstechniken kennen und coole Coaches hat, die mich extrem motivieren und die kannst du dich wirklich mal ein wenig auspowern. Hi, mein Name ist Jaap und ich bin von Viper Benelux. Hier in den Dynamic Days, wir haben Viper als ein ganz neues Tool. Some of you might have seen it, but not a lot of you have actually gone through a full course. Now, today we've done some workshops and we've given you a lot of new ideas about how to three-dimensionalize your workout, how to make sure there's a lot of variety and that you're actually doing a whole body integration. That's all what we do with Viper. All right, thank you. Ich bin hier auch noch gekommen, um ein neues Wissen zu bekommen im Sport und wenn wir sehen, sind wir da voll dabei. Und ja, das ist eine coole Sache. Ich bin hier auch noch gekommen, um ein neues Wissen zu bekommen im Sport und ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Oh, I can't feel it. And oh, God be quitting. And I know, you'll get it, you'll get it. Oh, oh, yeah, that's all we ever wish and do it. But I wanna be fine, I wanna be alive like that. Hallo zusammen, wir haben hier unseren Stand, den Air Lounge von den Dynamic Days. Die Dustin injured Ethiopia飯 währenddamm més involved. Und ich weiß, ich dachte, ich weiß, ich weiß, anything dirftig. Ich bin hier estão mit einem neuen Start-Innerろ. Ich habe vorbeiges приб落gates 25 Langemen Ich danke Ihnen wieder. Ich bin hierherターente.